Hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und ich war gerade einkaufen und habe einen Bewegungsspaziergang gemacht von gut anderthalb Stunden. Von anderthalb Stunden und dann war ich einkaufen. Den einkaufen zeige ich jetzt. Okay Leute, das war so ein Tschüss. Der Einkauf des Tages. Da haben wir einmal Spinat gekauft. Großen Beutel und dann habe ich Brombeeren gekauft, dann eine Brocoli, dann Erdbeeren und einmal ein Indivinsalat. Okay, das war es schon wieder vom Einkauf von heute vom 15.05.2019.